Der parkt auf dem Gehweg und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Ich hab nicht mal ein Auto. Ja, Gesetz ist halt Gesetz. Bei dem kommt noch dazu, Parken vor einer Burscheinabsenkung, das darf man auch nicht. Der parkt auf der linken Fahrbahnseite. Was machst du in meiner Wohnung? Fahrtbeschatz Nummer 192 042, kostet 15 Euro. Digga, du stehst in mein Wohnzimmer. Ja, das ist nicht eingezweint, darf man ja auch. Der parkt im eingeschränkten Halbverbot, Zeichen 286. Ich war das zwar nicht, aber wenn ich das jetzt melde, dann denken die ja vielleicht, dass ich das war. Das gibt eine Anzahl wegen Beleidigung. Mach das noch einmal und es gibt Jugendarrest. Ja.